Hallo liebe Halle-Fans, ich bin Hendrik Storoszik, ich komme von Dynamo Dresden und ich bin ein Spieler, der Mentalität auf den Platz bringt und das ist bei mir die höchste Priorität. Was kennst du schon von Halle? Von Halle kenne ich, dass sie einen geilen Fußballklub haben und es ist eigentlich eine relativ große Stadt und eine halbe Stunde von Leipzig entfernt, so Sachen kenne ich über Halle. Hast du schon ein Saisonziel? Ja, mein Saisonziel ist es, auf viel Spielzeit zu kommen und einfach der Mannschaft helfen.